Willkommen zurück, liebe Paare. Wir sind bei dem Top 3 für eine bewegliche Hüfte. Das braucht ihr logischerweise in den Latein-Tänzen Cha-Cha, Roma, Samba und Jive ganz, ganz besonders. Pause-Doppel ist ein bisschen anders, da ist das nicht so der Fall. Aber in diesen vier Tänzen ist eine bewegliche Hüfte eine ganz, ganz wichtige Grundlage, damit man den Tanz, na eins, so wie er optimal sein soll, auch ausfüllen kann. Und das sieht natürlich auch gut aus, so eine schöne Hüftbewegung hat schon was. Und ich zeige euch drei Übungen, die Top 3 Übungen, wie ihr diese Hüfte beweglich macht. Weil es ist nicht schlimm, wenn ihr damit erst irgendwie mit 50, 60 oder 80 anfangen. Einfach ist es, vorsichtig langsam ran zu trainieren. Das heißt, ihr müsst es nicht am Anfang gleich perfekt hinkriegen, aber wichtig ist, dass ihr es einfach üben und die ganzen Muskeln, die dafür gebraucht werden, einfach mal wieder trainieren und das Ganze aufbauen. Achtung, Achtung, wenn ihr das übt, ja, regelmäßig machen, es reicht nicht aus, einmal, ne, sowas zu üben. Ihr müsst das schon regelmäßig üben, damit ihr einen Erfolg seht, ja. Und ihr könntet Muskelkater kriegen. Gerade am Anfang, wenn ihr die Übung macht, habt ihr Muskelkater, ne. Da hat man das Gefühl, hier zum Beispiel, so eine klassische Stelle, wo man Muskelkater kriegen wird, und schießt hier rum. Das ist an sich sehr, sehr gut. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch bei diesen Übungen immer nie überfordert. Schleicht euch langsam rein. Aber jeder von euch hat eine Hüfte und jeder kann diese Hüfte auch bewegen, ja. Außer der Rücken ist komplett versteift worden. Operativ, ja, dann ist schon nochmal was anderes. Wenn hier der untere Rückenbereich versteift worden ist, dann habt ihr natürlich eine Einschränkung. Ansonsten, ja, ist die Hüftbewegung aber wirklich für jeden gut durchführbar. So, kommen wir zu der ersten Übung für eine bewegliche Hüfte. Das ist sehr, sehr, eine sehr, sehr einfache Übung, die die meisten Leute sehr gut hinkriegen. Warum? Weil, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ja, die ist halt ein bisschen, ja, die habt ihr schon benutzt. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, und zwar kommt sie sehr wahrscheinlich vor, wenn ihr etwas intimer mit einem Partner werdet, dann benutzt man nämlich ja auch die Hüfte. Und die Hüftbewegung, die man dann klassisch macht, ist, dass ihr mal ganz, ganz locker ins Knie geht. Die Füße sind so hüftbreite, ja, Schulter hüftbreit auseinander. Und was ihr macht, ist, dass ihr die Hüfte mal ganz locker nach hinten und nach vorne bewegt. Ja, ich habe es euch gesagt, das ist halt ein bisschen versaute Übung, aber ihr könnt das ja im Badezimmer machen, wo euch keiner sieht, ne. Guckt mal, ihr hüftet einfach immer vorne und nach hinten rollen. Das ist die einfachste Übung, weil die meisten von euch sie schon gemacht haben, ja. Und ihr erfordert auch gar nicht so viel Umdenken. Alles, was ihr tut, ist, ihr spannt eure Muskeln den Bauch an und den Po. Und ihr lockert das Ganze wieder und führt es nach hinten. Also, nach vorne, nach hinten. Das ist wie hier so eine Schwingbewegung, ja. Relativ einfach, weil ihr seht es am stärksten durch mein Kleid in die hintere Bewegung, aber die Hüfte rollen richtig nach vorne und nach hinten, ja. Jetzt könnt ihr das wahrscheinlich gut sehen, ja. Ist auch nichts Schlimmes dabei. Beim Tanzen haben wir immer die Klamotten an, ich verspreche euch, es kann nichts passieren. Warum ist diese Übung so wichtig? Die Übung ist wichtig, um erstmal wieder zu verstehen, wo ist überhaupt meine Hüfte, ja. Das ist total wichtig. Also, nicht, weil ihr denkt, ach, die ist mir irgendwie peinlich. Macht die da, wo euch keiner sieht. Die ist auch nicht peinlich. Die ist wichtig, damit ihr eure Muskeln im Hüftbereich ansprechen könnt. Das war die Übung Nummer 1. Ne, das macht ihr ein paar Mal, wie ihr euch wohlfühlt. Cool ist es, wenn ihr das zur Musik macht, dann kann man auch so ein bisschen rumgroven. Die Hüfte auch mal ein bisschen über nach rechts und links. Also, ihr könnt da ein bisschen Spaß haben. Wichtig ist, Hüftbewegung vor und zurück. Klasse. Erste Übung geschafft, kommen wir zur Übung Nummer 2. So, die Übung Nummer 2 geht nicht um dieses Rollen auf dieser Ebene, sondern es geht um das Heben und Senken auf der einen und der anderen Seite. Das heißt, einen Hüftbereich, legt mal euren Zeigefinger auf eure Hüften drauf. Es geht darum, dass die eine Hüfte immer nach oben und die andere nach unten geht. Ja, ihr wiegt quasi die Hüften hoch und runter. Und wie ihr das macht, ist, indem ihr einfach ein Bein durchdrückt. Diese Hüfte wird nach oben gedrückt. Durch das durchgedrückte Knie geht die Hüfte nach oben und die Hüfte geht nach unten. Und das könnt ihr wechseln. Wechseln. Das heißt, ihr habt immer ein Knie durchgedrückt und ein Knie locker. Und so könnt ihr die Hüfte wechseln. Also, immer da, wo die Hüfte hoch ist, ist mein Bein durchgedrückt. Immer da, wo die Hüfte niedriger ist, ist mein Knie locker. Und wechseln. 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 Es geht nur um hoch und runter. Ich verspreche euch, das kann auch jeder, ja, wechseln, 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 wechseln. Gut macht ihr das. Wechseln, wechseln. Sehr schön. Gar nicht so schwer, ne? Wichtig dabei ist, ja, schaut mal nochmal auf meinen Oberkörper, dass ich nicht das mache. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil dann passiert nichts in meinen Hüften, sondern ich bleibe einfach immer gleich und mache das hier oben. Das ist nicht der Wunsch. Die Schultern bleiben total ruhig. Ihr seht, es passiert nur hier unten, ja. Die Ebene hier drüben, hier oben, die bleibt komplett gerade. Es passiert nur hier unten. Wie kriegt ihr das hin? Ihr habt hier einen Körper in der Mitte, ja, zwischen dem Brustkorb und dem Hüftknochen. Habt ihr nur hinten die Wirbelsäule, die durchläuft. Und hier drumherum sind nur Muskeln, Speck, Gedärms und irgendwelches Zeugs, ja, Organe und so. Und die könnt ihr sehr schön quetschen und strecken. Nichts anderes passiert. Ihr nehmt nur den Hüftknochen und packt hoch und runter. Hoch und runter. Wobei ihr den Schulterbereich sehr schön ruhig lasst. Das passiert nur hier. Es geht natürlich auch schneller, ja, ihr könnt das auch hier so schenken. Probiert das einfach mal aus. Das ist die zweite wichtige Übung, damit ihr eure Hüfte lockern könnt. Jetzt habt ihr die Rollbewegung gemacht, vorrück. Und ihr habt die hoch und runter Bewegung, die Shakebewegung nach oben und unten in den Hüften gemacht. Jetzt würde ich euch gerne die Acht zeigen. Stellt euch einfach vor, ich nehme mir noch ein Band zur Hilfe, dass ihr auf dem Boden eine Acht gemalt habt. Das mache ich jetzt mal mit dem Band, ja. Ich habe das in der Mitte ein bisschen verbunden. Zack, so, mal gucken, dass ich das einigermaßen gleich groß hinkriege. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe jetzt quasi mit dem Band eine Acht auf dem Boden gemacht. Und was ich möchte ist, dass ihr diese Acht mit der Hüfte nachzeichnet. Ja, es wäre so, als würdet ihr mit der Hüfte, erst mit der rechten Hüfte die Seite und mit der linken Hüfte diese Seite machen. Ihr nehmt also euren Hüftknochen hier einfach nochmal, dass euch das bewusst geht und führt die rechte Seite, ja, nach vorne, nach hinten. Dadurch geht automatisch die andere Seite nach vorne, ihr führt sie nach hinten. Vor, vor. Ihr malt mit dem Hüftknochen eine Acht auf den Boden. Vor, vor, vor. Ja, das hilft, wenn man da so ein bisschen die Füße auseinander stehen hat, also nicht ganz, ganz eng steht, dann ist das so ein bisschen, ne. So, sondern so Hüft- und Schulterbreit die Füße hat und einfach die Acht in den Boden malt mit der Hüfte. Ihr dreht einfach nur eure Hüfte. Achtet nochmal da drauf, dass hier euer Oberkörper wieder relativ ruhig ist, wenn ihr das Ganze macht, ja. Also nicht hier mit den Schultern mitmalen, sondern es passiert hier in der Hüfte. Darauf kommt es an. Und was ihr jetzt merken werdet, wenn ihr vorher diese Übung mit dem Rollen und mit dem Schenken gemacht habt, dass ihr das automatisch ein bisschen mit einbaut. Nämlich, wenn ihr die Hüfte hier nach vorne bringen wollt, dann hilft es, wenn ihr dann locker ins Knie geht, die Hüfte rüber, durchstrecken. Die Hüfte geht hier hoch. Locker. Durchstrecken. Und so könnt ihr diese ganzen Bewegungen, dieses Gefühl für diese Hüfte auch mit diesem, dass die hoch läuft hier über diese Außenfläche. Ihr malt immer noch die Acht, aber die Hüfte läuft auch hoch, dass ihr das einbaut. Und wie könnt ihr das beim Tanzen einbauen? Ich nehme jetzt einfach mal die Romba. Da habt ihr das sogenannte Seitkukaratscha. Seitwärts wie gelb. Seitwärts wie gelb. Eine Acht. Seitwärts wie gelb. Zweite Acht. Das heißt, über ein Seitwärtskukaratscha tanzt ihr eine ganze Acht. Seitwärts gehen. Und seitwärts gehen. Wie geschritt. Und wie geschritt. Und später könnt ihr auf diese Bewegung logischerweise noch eure Arme setzen. Und schon habt ihr eine sehr, sehr schöne Lateinbewegung in Hüfte und in Armen. Aber, ja, kriegt keine Panik, ja. Übt das ganz entspannt und langsam. Erstmal mit der Rolle. Dann mit dem Hoch und Runter. Und dann fangt ihr mal an, achten zu halten. Und wenn ihr das eine Weile geübt habt und euch wohl damit fühlt, dann probiert ihr mal in der Romba am besten, einfach mal das Hüfte reinzunehmen. Wenn ihr vorgeht, geht die Hüfte des Fußes, der vorwärts geht hoch. Die andere Hüfte schließen. Rückseite hoch. Da könntet ihr den Wechsel mit einbauen. Und, und, und. Das könnt ihr sehr, sehr schön einsetzen. Denkt einfach daran, in Latein darf eure Hüfte sich bewegen. Und wenn ihr die schön gelockert und die Muskeln aufgebaut habt und ihr das einfach mal laufen lasst, werdet ihr merken, dass ihr auch viel, viel mehr Hüfte in den Latein-Tänzen einsetzen könnt mit diesen Top 3 Übungen, die ich euch eben gezeigt habe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei.